In diesem Video dreht sich alles um Dezimalzahlen, die man auch Kommazahlen nennt. Ihr lernt, was sie sind und wie man sie aufschreibt. Viel Spaß! Was sind Dezimalzahlen eigentlich und wofür braucht man sie? Naja, stellt euch mal vor, ihr habt ein Maßband und wollt die Länge eures Bleistiftes messen. Der ist 8 cm lang, wie ihr seht. Jetzt schreibt ihr etwas mit ihm und auf einmal ist er nur noch so lang. Wie sollen wir denn jetzt die Länge angeben? Er ist ja keine 7 cm lang, sondern etwas länger, aber auch keine 8 cm, sondern etwas kürzer. Genau da kommen Dezimalzahlen ins Spiel. Mit ihnen kann man Teile von ganzen Zahlen angeben. Mit ihnen kann man angeben, dass der Stift 7,5 cm lang ist. Also 7 cm und dann noch einen halben Zentimeter. Das schreibt man dann als 7,5 cm. Nochmal ganz kurz festgehalten. Mit Dezimalzahlen kann man Teile von ganzen Zahlen angeben. Ihr erkennt sie immer daran, dass ein Komma in der Zahl steht. Ausgesprochen wird die Zahl hier wie folgt. 32,45. Die Zahl vor dem Komma spricht hier aus wie immer, also 32. Und die Ziffern nach dem Komma spricht hier einzeln nach der Reihe aus, also Komma, 4, 5. Die Ziffern vor dem Komma nennt man Vorkommastellen und die nach dem Komma Nachkommastellen. Und Dezimalzahlen kann man in eine Stellenwerttabelle eintragen. Bevor wir jetzt unsere Zahl von gerade da eintragen, tragen wir erstmal die Zahl 1,1 ein. Der Doppelstrich in der Tabelle steht für das Komma. Und jetzt könnt ihr einfach die Ziffern vor und nach dem Komma in die Spalten eintragen. Wir haben dann ein Einer und ein Zehntel. Wie kommt man auf den Namen Zehntel? Na ja, beim Zehntel ist es ja so, dass wir nicht einen ganzen Einer haben, sondern nur einen Anteil davon. Und zwar ein Zehntel von einem Ganzen. Wenn da eine 2 stehen würde, dann hätten wir entsprechend 2 Zehntel. Wenn wir die Zahl 0,01 eintragen würden, dann sähe das so aus. Wir hätten dann 0 Einer, 0 Zehntel und ein Hundertstel. Der Name Hundertstel kommt zustande, weil wir ja wieder einen Anteil von einem Ganzen haben. Und zwar ein Hundertstel Anteil. Jetzt tragen wir noch schnell unsere 32,45 in die Tabelle ein und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben 3 Zehner, 2 Einer, 4 Zehntel und 5 Hundertstel. Merkt euch aus diesem Video, dass man mit Dezimalzahlen Teile von ganzen Zahlen angeben kann. Ihr erkennt sie immer daran, dass ein Komma in der Zahl steht. Die Zahlen vor dem Komma heißen Vorkommastellen und die danach Nachkommastellen. Und man kann die Zahlen in eine Stellenwerttabelle eintragen, wo man dann sofort ablesen kann, wie viel Zehntel, Hundertstel und so weiter die Zahl hat. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!